Hallo zu einem neuen Video. In Microsoft Excel, dem bewährten Tool für die Datenverarbeitung, gibt es eine Vielzahl von Techniken, um Daten effizienter zu organisieren und zu analysieren. Einer dieser äußerst nützlichen Funktionen ist die Umwandlung von Spalten in Zeilen. Diese Funktion ermöglicht es, Daten von einer vertikalen Anordnung in eine horizontale umzuwandeln. Das kann besonders hilfreich sein, wenn Daten in einem bestimmten Format benötigt werden oder wenn Daten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt werden. In diesem Video werden wir uns gemeinsam ansehen, wie du in Microsoft Excel Spalten problemlos in Zeilen umwandeln kannst, um Daten flexibler zu gestalten und sie für Analysen besser zugänglich zu machen. Ich habe uns dazu ein Beispiel mitgebracht. Und zwar sehen wir hier eine Tabelle, in der die Überschriften Produkte Quartal 1, Quartal 2, Quartal 3, Quartal 4 entsprechen. Nun möchte ich, angenommen, diese Überschrift in Zeilen umwandeln. Wie kann ich das nun durchführen? Und zwar selektieren wir uns diesen Bereich, kopieren diesen und erstellen ein neues Arbeitsblatt. Anschließend füge ich diese ein und ich habe hier nun eine Funktion oder eine Möglichkeit, die Einfügeoptionen. Und darin habe ich jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich mit diesen eingefügten Daten umgehen möchte. In unserem Fall möchten wir im Bereich Einfügen auf den Bereich Transponieren. Das bedeutet, er transponiert diese Daten von der horizontalen, von der Spaltenansicht in den Zeilenbereich. Nun konnten wir feststellen, dass wir die Spalten in die Zeilen transponieren konnten. Und jetzt ist es noch interessant, dass wir entsprechend der Umsatzdaten, welche wir hier verfügbar haben, diese auch transponieren wollen. Und zwar von der Spalten, beziehungsweise von dieser Ansicht in eine vertikalen Ansicht. Ich selektiere nun einen gewünschten Bereich, kopiere diesen, navigiere wiederum in unser Arbeitsblatt, füge diese ein und habe nun wieder bei den Einfügeoptionen die Möglichkeit, auf Transponieren zu gehen. Und wie wir sehen, wird nun entsprechend der Spaltenüberschriften diese mit den Zeilen vertauscht. Wie du siehst, kannst du mit dieser Funktion dir etliches an Zeit ersparen und auch deine Analysen flexibler gestalten. An dieser Stelle bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank! Falls du Fragen zu diesem Thema hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen dir zu helfen und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!